Hallo Joach Herzlichst und Willkommen wir haben jetzt einen geilen Manhattan Custom und ein Carsten Fastback ich guck mir den erst mal zuerst an er war mir sympathischer als der andere Schlingel da das heißt ich werde ihn jetzt aber direkt reparieren lassen boah tja ich fahre den erst mal platt Jujima Jung dann werde ich direkt mal weil das ist ja eh voll einfach und ich will einfach nur neun Wagen haben so 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 I'll sit you with a grand scheme and the guards are pedal ähm joa hier das das rennen finde ich irgendwie das ist mir einfach sympathisch weil es ist einfach boah 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 hart scheiße ach mal sehen ob ich so ne barrel roll schaffe boah 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 scheiße das äh das Ding in Ejart uchi und ach schade so ich muss 26 Events fahren ja zieht euch das rein Stuntrennen boah Joa Schützebrücke das ist einfacher so komm 18.000 wie viel wie viel äh schaffe ich das meint ihr das sch komm das wird komm spekuliert mal ein jahr es wäre wohl gewesen die Freiheit e Freiheit jetzt schon von Stausen selber langweilig ganz im Ernst das ist echt blöde komm ich versuche mal eine barrel boah ha 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 die scheiße ach komm rückwärts fahren dabei eine Multiplikatoren komm ja so ähm hier so und Supersprung das war so ah Sprungzeit für Supersprung da sch ah gib Gas ich will dass meine Kombo noch da bleibt juhu so und ahhh das war eine Barrelroll aber immer Boden scheiße man jaja und Spaß und juhu und juhu und jetzt hier kommen wir so uah ho 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 warte scheiße nein 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 nicht gegen den Pfeiler bumm uah 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 das was ich nicht wollte voll gegen den Pfeiler bisschen gestriffen da komm her jetzt machen wir noch einmal hier auch so stattdreiben juhu uah uah das hat weh getan das hat ordentlich weh getan du hast gewonnen dein Ergebnis 61.000 Zielpunkte 18.000 heute ist nicht mein Tag 2 uah 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 also gibt es so ein Weg nach oben ja hier mit so einer Barrelroll Dinge da ii boah dass diese Folge ist ja mehr mit voll die Epic Crashes ja mit und mit einem Zettel Menschen dach hallo gibt es hier nicht irgendwann mal so einen Ausgang genau hier sowas ich glaube ich bin dafür das Schema das Markenman Event fahre in diesem Event bist du der Gejagte du bist hier erreiche das Kostgad hq im Nordosten bevor deine Gegner deine Karre schrafen kommst du heil an wird dein Erfolg in der Lizenz verzeichnet ja von mir aus kann ich das machen weil ich habe ja zum Glück eine relativ okay gehaltene ähm noch halbstabile Karre also das geht ja noch vor allem die mich hart waren also nichts falsches denkt mal egal gut tut gut tut gut tut gut tut gut tut gut tut und irgendwann muss man voll gut ach ich bin ich schon bald da boah der hätte mich aber richtig fett weggemuscht genau so Aua nicht gut wenigstens noch ein wenig wär das jetzt hier so ein mega oller Turbo Schlitten gewesen da wär der da wär ich jetzt schon falsche Adresse tot total schaden ewiger ewiger verdammt ist so gleich kann ich selber auf dem Sport schrottplatz gehen mit meinem Auto und ich mittendrin in der Presse das war knapp mit dem Auto das zack komm noch ins Ziel rein das wäre witzig lol du bist in du bist in der du bist in der du bist in der kostgarten hq der k die 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 mehr Dennis iedo das auch die diferen noch in ein wenig kompulenter genau und rot das rotfarbe der Nacht ähm okay ich frag mich jetzt gerade ah ja was ich machen wollte ich wollte den Musenwagen da suchen komponierende 3 die Stich siehe jaja 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 das war knapp und musste doch mal kommen überkommt er auch von der Seite oder überholt dich oh yeah der war da ich hab ihn gesehen da ne das war der nicht komm ich hab dafür eine Minute Zeit um diese blöde Strecke hier zu packen schaff ich doch locker oder wenn ich nicht crashe dann ist das drin das uiuiuiuiui hör mal ich glaub ich schaffe das nicht ah 2 Sekunden ah 28 hm was halte ich davon schaff ich das glaub ich noch oder ja ich kann glaub ich Gedanken lesen na scheiße das hat mir jetzt alles hier versaut oh da war der Wagen ja gut der ist hier lang da ja das ist ja wer fährt denn sonst so schnell und ist so hell das hat sich gereimt da bei Warnow alles voll und slow motion das ist ja ich sagen die Kräfte 1 aber hart gut aber auf die Dauer wirkt sich das ist auf die Nerven aus gut der Wecke drüsselt wo bist du denn no suchen wir jetzt wieder kürzen andere alle die die das ist und einfach die oder springt durch eines der löcher hatte Zement mehr hatte. Haha. Kein Zement mehr vier Armen. Oh, schade. Das hätte ich unten den Crash noch locker geschafft. Molen. Wo hat er bitte schon die Bauformer kein Zement mehr? Und sind die schlau? Ja, das ist der. Der Pferd bitteschön so besoffen. Das ist... Und da gehört er auch schon hier. Danke. Und ich fahre direkt mal das Rennen da. Ich hab Bock auf'm Rennen. Jojojojojojojojo. So. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung zu meinem Sportplatz Toll Das sind hier aber kacke Ach, umlackieren Nicht schlecht Bisschen beranzt, aber egal Oh Nein Kann man weiterfahren Oh, ho, 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 göttlich Ja, wenn wir doch jetzt Die hier mal So, zack Ja, genau Ö Können wir vergessen Rock Iiii So Und jetzt einmal bitte Boah, das ist ja fast ein Vertikal-Tag-Down gewesen, Alter Oi Nelson Road Der hat sich verquergestellt Sorry, Leute, ich muss mal kurz hier Äh, kurz unterbrechen So, da bin ich wieder Das war mal cool Das war mal cool Muss ich jetzt nicht hier rechts Oder so, ja Ja, ich bin zu weit Wo bin ich jetzt hier drauf gekommen Hallo Ah, auf C Oh, die Musik passt gerade nicht Äh Ich cruisiere voll aus den Kurven raus Beziehungsweise und zack Ja, geil Gut Take some kassiert Na, oh man, ich will nicht mehr den Wrack umliegen sehen Ich will wieder fahren So wie jetzt Dankeschön, dass ihr alle so gütig seid Und mir nur nicht mal einmal ein bisschen Platz macht So, komm her, so Ja Ha, ha, ha Eiei, eiei, eiei Und ja, ich hab Und wie soll ich sagen Ich hab einfach gewonnen Ui Du hast gewonnen, erster Platz Ui, 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 ui Komm Oh, schade, doch kein neues Event So, dann werde Werde ich mir jetzt mal Da hinten in der Kreuzung mal dieses Event angucken Was das da so sein mag Hoffentlich ein Rennen, wo ich nach Sportplatz Ich glaube Dass das echt so Das Smash Und das Und das Ein Rennen Wohin? Ja, da ist auch ein Schrott Äh Schrottplatz Nicht schlecht Und es wird langsam wieder Tag Das freut mich Also wenn wir da sind, ist Tag Aua Wie am Arsch die denn immer aussehen Los, komm Also ich Ich, äh Drennen Lasst mich mal durch, bitte Bitte Danke 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 Nein Böse So Lass die Misch bitte durch Danke Rodenkobold Der Wagen Den habe ich jetzt so oft gesehen Stimmkrieg ich den bald Ja Super Jump hier Zack und noch ein Smash hinterher Ich denke mal, wir müssen gleich mal links und boah, hohohoh, kritisches, äh, take-toon alter So, und der da vorne, den muss ich jetzt auch mal einholen Boah, hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho und voll der Hammer und ich bin letzter also das heißt ich muss mal dichtig Nitro geben und Tagdownen ne Boost ja stimmt das heißt hier nicht Nitros geboost und der fährt jetzt hier mal kürzlich die Werkstatt boah danke ja jetzt bin ich erster perfekt jetzt können wir auch chillen ein bisschen labern ich musste mich jetzt ein bisschen konzentrieren small talk yyi äh falsche Richtung Nee, ich wollte gerade sagen Das ist irgendwie in die falsche Richtung Ich falle mal wieder zur New White Mountains Und gewonnen Oh, Neville ist hier Auf Ja Chillig Wird hier morgens Ich verdrück mich mal schön In den Mal sehen, wie das mit INP aussieht Der Nebel Oh, ne Komisch Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber So, machen wir es wieder normal Äh, was haben wir Was oder wen haben wir Ah, ja, diesen komischen Amerikanischen Megaschlitten da So soll's sein Grand Marais Marais Keine Ahnung, wie man das ausspricht Auf jeden Fall lässt er von Carsten Ja, ausprobieren werde ich ihn nachher Ich weiß nicht, wie man das ausspricht Dann Ich weiß nicht, wie man das ausspricht Aber ich möchte nicht mehr